www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, dann grüße ich euch heute zur Spieltagspressekonferenz hier im Hotel Daumero Hannover. Ja, für uns nach drei Auswärtsspielen und einem Heimspiel die nächste Aufgabe wieder in der Swiss Live Hall. Am Mittwoch, den 11. September um 20.15 Uhr spielen die Recken dort gegen den SC Magdeburg. Ja, auch eigentlich wie gegen GWD Minden, kleines Derby, Magdeburg nah dran. Und da wird es sicherlich ein bisschen abgehen, auch für unsere beiden Recken. Auf der rechten Seite begrüße ich Christopher Nordmayr, den Trainer der Recken. Und auf meiner linken Seite Henrik Pollix, einen unserer Nachwuchsspieler. Ja, Magdeburg ganz stark gestartet mit 6 zu 0 Punkten. Zuletzt einem 29 zu 27 Erfolg gegen die SG Flemensburg-Handewitt. Darüber hinaus haben sie in Göppingen gewonnen und auch gegen Baling-Wallstetten. Christopher, bist du nach dem Erfolg in Göppingen mit 5 zu 3 Punkten jetzt mit der Leistung deiner Mannschaft so weit schon mal zufrieden? Ja, ich bin erstmal mit beiden Fragen, oder muss ich zwei verschiedene Antworten geben. Also einmal bin ich mit 5 zu 3 Punkten zufrieden und dann bin ich auch mit meiner Mannschaft zufrieden. Weil wir sowohl nach einem schwierigen Beginn, wo wir uns ja alle noch nicht so gut kennen, mit 5 zu 3 Punkten positiv rausgegangen sind. Und wie gesagt, auch mit 3 Auswärtsspielen in einem Heimspiel ein positives Punkteverhältnis haben, das ist wirklich sehr gut. Und zweitens, weil wir natürlich auch besser gespielt haben, in jedem Spiel ein bisschen besser. Und in Göppingen war das schon eine starke Mannschaftsversorgung. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Magdeburger bisher ungeschlagen. Was müssen wir machen, damit wir gegen Magdeburger erfolgreich sein können? Ja, wenn man das vorher immer wüsste, dann hätte man ja sozusagen die Tatsche schon wieder Tatsche. Das weiß man vorher nie. Auch ob wir gewinnen, weiß man nicht. Man kann nur Voraussetzungen schaffen. Wir versuchen, diese Voraussetzungen zu schaffen. Es geht natürlich darum, dass wir gegen die starke Magdeburger Abwehr gut angreifen müssen. Das ist immer eine sehr schwere Aufgabe für jede Mannschaft und auch für uns. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich, wenn wir keinen vormachen, gut den Gegenstoß verteidigen. Denn damit machen sie auch sehr viele Tore. Tamasch hat wieder gespielt gegen Göppingen. In Göppingen relativ überraschend. Man wusste nicht so ganz genau, wird er fit oder wird er nicht fit. Ist er auch für den SCM bereit und dabei? Und wie kam es dazu? Ja, Tamasch ist wieder fit. Er hat grundsätzlich von der medizinischen Abteilung bekommen. Beziehungsweise wir haben täglich darum gekämpft, dass er wieder fit wird zum Spiel in Göppingen. Wir haben aber nicht gewusst, ob wir das Risiko eingehen können, weil die Rekommunasensenz für die Verletzung eigentlich sechs Wochen dauert. Aber wir haben uns dann gemeinsam entschieden, das zu riskieren, das zu wagen. Und ich denke, nicht nur der Erfolg, sondern auch die Tatsache, dass ich damals gut und schmerzfrecht spielen konnte, gibt dieser Maßnahme recht. Wir sind sehr froh, ihn wieder bei uns zu haben. Und er freut sich, unheimlich wieder mit der Mannschaft dabei zu sein. Wie beurteilst du die Leistungsstärke der Magdeburger, jetzt auch gerade nach den 6.0 Punkten, beziehungsweise wo siehst du die Stärken? Ja, ich glaube, die Magdeburger hatten ja nur vielleicht ein etwas schwächeres Jahr. Im letzten Jahr haben sie sich dann gut verstärkt mit zwei neuen Mittelleuten, Michael Haas und Marco Beysak. Dazu kommt eben, dass sie sowieso schon eine sehr gute Mannschaft hatten, können jetzt praktisch zwei komplette Mannschaften spielen lassen, dadurch, dass sie den Oneto noch verpflichtet haben. Das heißt, sie sind wirklich auf jeder Position doppelt gesetzt. Und das zeichnet diese Mannschaft aus. Sie brauchen also nicht immer alle spielen und haben große Stärken in allen Mannschaftszahlen. Insbesondere Kner und Rojewski spielen gerade eine hervorragende bisherige Saison. Und das wird nicht einfach werden, die in den Griff zu bekommen. Aber das muss unser Ziel sein. Wir haben in der Vorbereitung zweimal gegen die Mannschaft gespielt. Das heißt, wir wissen, was auf uns zukommt. Und andersherum ist es bei Magdeburg genauso. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel. Ja, kommen wir zu Hendrik Kollex. Hendrik, spielst du im Augenblick bzw. trainierst du bei der ersten Mitt? Spielst teilweise auch, bist teilweise dabei. Spielst aber auch in der zweiten Mitt? Wie war es jetzt am Wochenende? Bist du von Göppingen gleich nach Berlin gereist oder erst nach Hause? Wie war das? Ja, also ich bin nach dem Spiel direkt aus Göppingen losgefahren mit dem Auto. Ich habe noch einen Umweg über nach Hause genommen. Bin also nicht direkt gleich nach Berlin gefahren. Wir haben ja am nächsten Tag erst um 16.15 Uhr da gespielt. Deswegen bin ich dann mit der zweiten Mannschaft mit dem Bus nach Berlin am nächsten Tag gefahren. In zwei Teams zu spielen ist aber eine ziemlich hohe Belastung. Auch wenn man jetzt die Touren dazu noch sieht, nach Göppingen, von Göppingen zurück nach Berlin. Ist das eine harte Belastung für dich bzw. allgemein auch für die Nachwuchsspieler? Ja, das ist schon eine starke Belastung, auch gerade wie du gesagt hast, durch die Fahrten. Jetzt am Wochenende war es natürlich eine besonders starke Belastung durch die zwei Auswärtsspiele und zwei weiten Auswärtsfahrten. Das kommt natürlich nicht so häufig vor, aber auch die doppelten Trainingseinheiten, das ist schon eine sehr hohe Belastung. Und da trotzdem versucht man natürlich in beiden Mannschaften Vollgas zu geben. Das ist natürlich dadurch nicht so einfach, weil es so eine hohe Belastung ist. Aber das klappt schon für uns junge Spieler ganz gut, würde ich sagen. Und die Trainer versuchen das auch so zu steuern, dass das für uns bestmöglich ist. Hat man in Berlin ja dann auch gesehen, ihr habt zwar leider verloren, aber deine Leistung wurde zumindestens in der Presse gut bescheinigt und hast acht Kultus gemacht. Richtig? Ja, acht Kultus gemacht. Wie siehst du die Magdeburger? Wo siehst du da die Stärken? Ja, wie Chris das schon gesagt hat, sie haben zwei komplette Mannschaften, die sie auch bieten können. Sie haben zwei starke Mittelmänner, die gut für ihre Halben gut einsetzen, sie gut in gute Wurfchancen bringen. Und dann natürlich auf den beiden Rückkornpositionen, Rückkorn links und Rückkorn rechts, jeweils zwei immer, die gut werfen können, gut Tore schmeißen können. Deswegen müssen wir sehr kompakt verteidigen, glaube ich. Das wird nicht einfach gegen die. Und auf außen haben sie natürlich auch zwei oder vier sehr starke Spieler. Deswegen wird ein schweres Spiel am Mittwoch. Ja, jetzt bitte ich, die Pressefragen zu stellen an die beiden Beteiligten. Oder an mich? Simon, hast du was? Ich muss mir erst eine Frage aushängen. Nein. Um auf Tanasch zurückzukommen, lässt es sich vereinfacht so darstellen, da ist jetzt ein weiterer Rückkornspieler, besonders Entlastung für Jan Fiete, Buschmann, dass alle anderen Mannschaftsteile oder anderen Spieler oder die ganze Mannschaft davon auch profitiert, weil einfach eine größere Entlastung da ist, größere Kreativität, automatisch geht alles ein bisschen leichter und die Mannschaft wird besser. Es hat verschiedene Vorteile, da ist er mal wieder dabei. Erstmal ist er als Persönlichkeit sehr wichtig, weil er eine sehr gute Spielauffassung hat und er ist praktisch auch, obwohl er so lange weg war, er überhaupt keine Probleme hatte, sich in unser Spiel zu integrieren. Es war so, als wäre er gar nicht weg gewesen. Dann lässt es mir die Möglichkeit, auch wieder blockweise zu spielen. Das heißt, ich kann im Grunde unser Spiel so steuern, wie ich das im letzten Jahr auch aus unserer Sicht erfolgreich machen konnte, weil ich jetzt die Möglichkeiten habe, das gleichwertig zu tun. Und drittens ist es natürlich einfach so, dass die Belastung der einzelnen Spieler geringer wird, weil wir eben jetzt die Möglichkeit haben, unabhängig von Positionen, und wir müssen nicht Spieler auf mehreren Positionen spielen lassen, das ist schon ein Riesenvorteil. Also unsere Stärke liegt in der Ausgeglichenheit und Tamas Stärke liegt einfach daran, dass er alles das darstellt, was vielleicht auch in den letzten Spielen noch gefehlt hat, um jetzt auch unsere Neuzugänge besser einzuspielen, weil natürlich die vier Tore, die er auch im letzten Spiel macht, einfach total wichtig sind. Andererseits hat man natürlich auch gesehen, dass ihm noch nicht alles gelingt und deshalb müssen wir ihm auch die Pausen geben und genau deshalb ist es auch richtig, dass wir auf der Position trotzdem jetzt nicht anfangen, Tamas viel mehr spielen zu lassen, als gut für ihn ist. Und ja, ich freue mich unheimlich, dass er wieder dabei ist und er sich auch, wie man im letzten Spiel gesehen hat, ist er also heiß und ist, als wenn er 24 oder 19 wäre, auch mit 34. Wie lange hat er genau gespielt? Wie viele Minuten weißt du das aus dem Kopf? Ja, er wird schon ungefähr 30 bis 35 Minuten gespielt haben. Ähm, ja, schüss jetzt. Herr Verkastner hat am Freitag nach der Pressekonferenz nach dem Flensburg-Spiel gesagt, ein Schlüssel zum Erfolgsszene ESG war die Tiefe des Kaders am Spielende. Könnte am Mittwoch auch die Tiefe der Kader, also sowohl eure als auch der Kader der Magdeburger, der Ausschlag sein für einen möglichen Sieg? Ja, das ist schwer vorauszusagen. Ich glaube, da nehmen sich jetzt beide Mannschaften nicht so viel, weil ich bin auch sehr zufrieden mit unserem Kader und die haben auch sehr viele Möglichkeiten zu wechseln. Wir haben auch die Möglichkeit, auf allen Positionen eine zweite Sieben zu stellen. und deshalb mache ich mir darum wenig Sorgen. Ich glaube, das war vielleicht gegen Flensburg ein Faktor für Magdeburg und ob das am Mittwoch ein Faktor wird, das hängt auch davon ab, wie man in der Lage ist, diese Kader, diese beiden Mannschaften spielen zu lassen. Wenn das gut läuft, dann muss man nicht wechseln und wenn man aber wechseln muss innerhalb der Kader, dann heißt es wieder mehr Belastung für einige und genau da wird sich das Wetter bewegen. Wenn das nicht so kompliziert fängt. Weitere Fragen? Du wirst die Frage vielleicht nicht so mögen, weil es so ein bisschen hätte, wäre, wenn, also in diese Richtung geht. Ihr habt gerade eben über den Chart gesprochen, fünf zwei Punkte, guter Chart, drei Auswärtsspiele. Jetzt ist es nach dem Magdeburg-Spiel, aber erst so eine längere Pause. Das könnte man so als Marke setzen, dann ist der Start erst abgerundet, ob er nun gut ist oder schlecht. Ist der Start für dich auch noch gut, wenn ihr jetzt nur mit 6 zu 4 oder 5 zu 5 Punkten nach diesem Spiel dasteht? Oder dastehen würdet? Ich habe, glaube ich, viel in der Vergangenheit darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich mache mir Gedanken über das nächste Spiel und nicht über das, was danach kommt. Wenn ich jetzt in den Szenarien ausdenke, was ist, wenn wir verlieren, gewinnen oder unentschieden spielen, dann verliere ich Konzentration auf das Spiel. Wir sind fokussiert auf das Spiel am Mittwoch. Und genau wenn dieses Spiel vorbei ist und wir Pressekonferenz machen und du am Mittwoch dabei bist, kannst du mir diese Frage nochmal stellen und dann kann ich sie authentisch beantworten. Jetzt weiß ich, dass ich mich hundertprozentig auf diese Spielkonsertriere und da ist kein Platz für die Gedanken, ob wir einen guten Start danach haben oder ob wir eine Pause haben, sondern es zählt nur das Spiel gegen Magdeburg. Der Sieg gegen Göpping hat ja ein wenig Luft gegeben, sage ich jetzt mal so. Ist es jetzt ein Zeitpunkt, um die Magdeburger taktisch zu überraschen? Ja, da müsste ich dich vielleicht nochmal fragen, was du da für Ideen hast. Ich glaube, es wird natürlich sehr schwer, die Magdeburger taktisch zu überraschen, weil beide Mannschaften sich sehr gut kennen, wir als Trainer uns auch kennen. Aber natürlich gibt es immer die Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich, das ist immer die Frage, ist man in seinem System so stark, dass man sagt, ich bleibe bei meinem System und die anderen müssen sich auf mich einstellen oder muss ich was verändern? Ich weiß, Jogi Löw ist mir auf die Nase gefallen mit der Taktik, er muss was verändern. Andererseits ist es auch immer gut, mal einen neuen Reiz zu setzen. Ich lasse das mal offen, aber Überraschung ist immer gut, weil Überraschung Stress erzeugt und Stress ist für keinen Spieler gut. Aber vielleicht überrascht uns ja auch die Magdeburger. Wer weiß es. Du hast gestern gegenüber meiner Kollegin schon angedeutet, dass ihr die Halle zum Kochen bringen wollt. Wie wollt ihr das schaffen? Ja, das ist natürlich gegen Magdeburg ein Duell, da brennt die Luft, das ist schon vorher klar. Wir sind top motiviert, die Magdeburger werden top motiviert sein. Es hat in den letzten Jahren immer ganz unterschiedliche Spiele gegeben, aber die waren in den meisten Fällen sehr, sehr spannend und sehr, sehr emotional geführt. Und so wird das auch am Mittwoch sein. Und wir wollen natürlich unseren ersten Heimsieg landen. Darum geht es, um nichts anderes. Und ja, das Spiel gegen In Göppingen hat uns natürlich Auftrieb gegeben, weil wir natürlich sonst immer erklären müssen, warum wir noch nicht so weit sind. Und da hat man gesehen, wie weit wir schon sind. Wir wollen da in dieser Richtung das nächste Stück Entwicklung machen, in dem wir auch gegen so einen starken Gegner wie Magdeburg bestehen können. Und das wird sich am Mittwoch zeigen. Aber ich weiß, dass ich über Motivation mit meinen Spielern nicht reden muss. Hendrik, du hast ja vorhin gesagt, du trainierst relativ viel momentan und du spielst auch im Wochenende meistens zweimal. Wie viel geht denn noch, damit deine handballerische Sättigungsgrenze erreicht ist? Sättigungsgrenze ist, glaube ich, nie erreicht beim Handball. Finden wir also für mich. Es geht natürlich immer viel über Kraft. Also ich glaube, wenn man mehr als zweimal am Tag trainiert, dann ist es schon sehr anstrengend. Und auch zwei Spiele am Wochenende sind schon hart an der Grenze. Denn da ist es natürlich so, dass ich in der ersten Mannschaft jetzt nicht 60 Minuten spiele, sodass ich dann auch noch mehr Kraft für die zweite Mannschaft habe, wo ich ein bisschen mehr spiele. Aber ich glaube, je mehr Training, desto besser auch. Also je mehr kann ich lernen und desto mehr Fähigkeiten habe ich dann, um das Spiel anzubekommen zu können. Hat man denn immer noch Lust oder ist auch mal der Punkt erreicht? Oder sagst du, es wäre auch mal schön, wenn ich mal so einen Tag Ruhe hätte? Ich denke, die Lust ist immer da. Also da habe ich kein Problem. Ja, vielleicht kann ich noch anschließend daran, dass wir ja auch wirklich versuchen, das Training so ein bisschen zu steuern. Dass die Jungs eben nicht sich in ein Loch hineintrainieren. Wir fragen auch immer ab, wie das Gefühl ist, das Körpergefühl ist und auch wie die Pulswerte sind, weil man daran am besten sehen kann, ob jemand zu viel trainiert. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, gerade für Hendrik, aber auch für Julius, für Freddy und für Timo Kostening, die bei uns eben mitmachen, dass sie eben auch sozusagen die Wettkampfhärte bekommen und auch die Qualität entwickeln, um der Bundesliga-Mannschaft mitzumachen. Das hört sich immer leichter an, als es getan ist. Es geht nur über das Training und ich bin da sehr zufrieden mit den Jungs. Die sind eben nicht müde, sich anzustrengen und diesen Schritt zu gehen. Und man sieht das auch immer wieder in einzelnen Spielen, auch in der Vergangenheit schon, dass die Lücke, die klafft, immer kleiner wird. Und in einzelnen Spielen kann Hendrik das zum Beispiel auch schon bei uns mitspielen. Man sieht das auch daran, dass er dann eben acht Tore nach der Liga wirft, weil er da eben einfach merkt, er kommt näher ran, er kann besser werfen. Die Entscheidungen sind leichter zu treffen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das dieses Jahr auch noch in der ersten Liga sehen werden. Also, uns weitere Fragen von euch. Auch aus den hinteren Reihen, keine Wortmeldungen. Gut, dann scheint alles gesagt zu sein, außer dass wir uns natürlich tierisch freuen auf das Spiel. Im Mai hatten wir fast eine volle Hütte gegen SC Magdeburg. Und wir benötigen natürlich die Unterstützung der Fans gegen so eine starke Mannschaft. Und die wollen wir haben. Bisher sind knapp 2000 Karten verkauft worden. Das hat noch Potenzial nach oben. Wir freuen uns also auch für die Kurzentschlossenen, die uns unterstützen wollen. Das Wetter spielt ja im Augenblick zumindest so ein bisschen mit. Ja, lasst uns den SCM gemeinsam bezwingen. Ich bedanke mich bei euch. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann möchte ich die Spieltagspresskonkurrenze beenden und euch einen guten Weg in die Redaktion wünschen. Danke.